Hi, herzlich willkommen zurück zu CSS. Heute nochmal mit etwas, was ihr auch noch nicht kennt. Und zwar, man kann an irgendeinem Element in CSS sagen, ey, mach mal irgendwas. Zum Beispiel vorne dran oder hinten dran. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Taktik, wenn man das so anwendet. Wir können hier zum Beispiel sagen, wir verändern einfach auch den Inhalt oder wir verändern die Farbe oder, oder, oder. Und zwar nicht von dem Element, sondern von davor. Das ist der interessante Part hierbei. Wir nehmen uns dieses kleine Beispiel hier zur Hand. Wo im Endeffekt einfach nur ein paar Graph Hello Cascading Style Sheets in einem Div, in einem Main drin ist. Und wir haben hier im Endeffekt ganz, ganz klein ein bisschen was gemacht, damit man es überhaupt vom Hintergrund abheben kann. Und jetzt kann ich hier tatsächlich hergehen und sagen, okay, vor dem Item möchte ich was tun. Das heißt, ich sage hier Punkt, Item, Ups, Punkt, Item, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und jetzt sehen wir hier schon, was wir alles tun können. Wir sehen hier ein After, wir können es natürlich auch danach machen. Und wir sehen hier auch das Before. Zu den anderen Sachen komme ich vielleicht noch irgendwann mal, wenn wir das brauchen. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Sachen, die ihr noch nicht kennt. Aber wenn ihr eins davon speziell haben wollt oder findet, das ist super wichtig, immer her damit, ja. Sagt mir, welche Themen euch noch irgendwie unter den Fingern brennen, dann mache ich das natürlich gerne. So, aber jetzt wollen wir uns um das Before kümmern. Und zwar sagen wir beim Before einfach mal ganz simpel, Content, Doppelpunkt, ähm, Lies, das. Und dann sagen wir noch beim Punkt, Item, Doppelpunkt, Doppelpunkt, After, dass die, ähm, Background-Color ab sofort bitte hier braun sein soll, auch wenn es eher rötlich ist. Und dass die Color, ähm, Korallfarben sein soll. Okay, so, und wie sieht das ganze Ding jetzt aus? Nun, wenn ich das jetzt hier aktualisiere, dann sieht das so aus. Lies das. Hier steht einfach tatsächlich noch, lies das drin. Und ihr seht, was passiert. Ich kann das hier auch nicht so richtig markieren, ja. Das ist eben kein richtiges Element hier drin, sondern es ist über die Cascading-Style-Sheets gekommen. Ich kann hier auch mal ein Untersuchen machen. Und wir sehen hier in unserem Div, äh, steht hier einfach nichts drin, ja. Ich kann, ich kann hier nichts machen. Ich sehe hier, ups, jetzt habe ich es weggetan. Das ist doof. Ähm, ich mache mal hier ein bisschen breiter. Ich sehe hier nur dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before. Und ich kann das zwar so markieren, aber ich sehe den Inhalt hier nicht. Das ist deswegen so, weil der Inhalt hier in CSS steht. Und deswegen kann ich hier auch nichts markieren. Das heißt, für Content, äh, ja, ihr könnt das benutzen, aber es ist vielleicht ein bisschen doof für die Usability, falls man irgendwas kopieren möchte. Aber man kann es natürlich trotzdem kopieren. Also es hindert niemanden daran, dass man das jetzt kopieren kann. Man kann einfach hierher gehen und das da kopieren, okay. Aber, ja, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Taktik, um Inhalte vorne dran oder nach, danach einzufügen. Und zwar für alle Elemente zum Beispiel. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich hergehen und sagen, okay, ich hätte ganz gerne für jedes, äh, Item hier irgendwas getan. Wir machen jetzt hier mal ein Paragraf zwischendrin rein. So was, ähm, Robert, nee, den lassen wir einfach raus. Robert, wir lassen es einfach so drin stehen. Hello 2. So. Und wenn ich das jetzt so habe, dann sehen wir hier, wenn ich das aktualisiere, dann kriege ich hier zweimal dieses Liest das. Ich kriege beides mal dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before. Und so kann ich sozusagen automatisch vor alles, ähm, was dieses, diesen, diese Klasse Item hat, vor jeder einzelnen Klasse kann ich dieses Before dranhängen. Also da ist jedes Mal dieses Punkt oder Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before dran. Achtet auch darauf, dass wir hier dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before zwar drin haben, aber wir, wir haben das nicht außerhalb der Klasse Item. Also schaut nochmal kurz hier rein in die CSS. Ähm, wir haben hier gesagt, wir hätten ganz gerne das Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before Content. Und natürlich kann ich hier auch die Background Color etc. erinnern. Das machen wir mal. Ähm, und wir haben das eigentlich Before. Also man würde ja vielleicht vermuten, ey, dass das soll davor da sein, ja. Es ist nicht genau genommen davor da, sondern es ist eigentlich ganz am Anfang des Items hier drin. Das heißt, ich habe hier dieses Liest das, was in meinem Element drin steht. Es steht trotzdem innen drin, aber es ist ganz am Anfang des Diffs, also ganz oben in dem Diff. Und das ist vielleicht etwas, was man nicht so ganz erwarten würde. Also, dass das hier trotzdem drin ist. Also achtet auch darauf. Äh, wenn ich das jetzt aktualisiere, ist natürlich mein Background geändert und so weiter und so fort. Und das erklärt übrigens auch, warum hier bei dem After nichts dabei ist. Weil, naja, ich, ich habe hier halt nichts reingetan, ne. Und das heißt, dadurch, dass ich hier natürlich kein Content eingefügt habe in meinem Doppelpunkt, Doppelpunkt, After, ist natürlich auch hier überhaupt nichts erschienen. Das heißt, mein After ist quasi, äh, also dieses After, nichts mit meinem Arsch. Das After hier hat eigentlich nichts irgendwie zu tun oder zu sagen, weil da halt kein Content drin ist. Irgendwo muss dieser Content herkommen und bei dem Doppelpunkt, Doppelpunkt, Before und After sagen wir halt, ja, fügt das noch zusätzlich ein und gib ihm diese CSS-Formatierung. Und, naja, das haben wir halt nicht hier drin. Okay. Und ja, das ist eigentlich ein sehr mächtiges Werkzeug, auch wenn es aktuell vielleicht nicht danach aussieht. Wir wollen hier noch ein paar kleinere, praktischere Beispiele auch noch angehen, die dann eben auch solche Sachen benutzen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao.